3, 2, 1, GO! Nein, warte. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben ja die 50.000... Was? Ich bin jetzt fertig mit meinem 3G Mino. Ich bin auch müde jetzt. Weil das alles zu scha... Nee, anders. Also für mein... Hallo, ich begrüße alle ganz herzlich wieder auf meinem Kanal. 3, 2, 1, GO! Meine 2 Rezepte sind jetzt fertig mit Blätterteig. Die sind... Nee. Das war auf nichts. 3, 2, 1, GO! Super lecker! 3, 2, 1, GO! Warte mal. Das kann man ja auch später finden. Warum lasst das nicht? Das wird noch wahnsinnig. Wer ist erst das sehen? Was ich noch sagen wollte? Also das ist mir jetzt nicht in die Pfanne dazu reingekommen. Nee, anders. Warte, 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 warte. Also für mein... Also für mein... So haben wir es jetzt nicht. Go! Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute ist jetzt einfach kein Kochtag. Heute will ich... Nein. Hallo, 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 hallo! Hallo, 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 hallo! 3, 2, 1, GO! Ja, blaah! Und wo ist das? 3, 2, 1, GO! Ich brauche eins. 3, 2, 1, GO! So, wir machen jetzt die Füllung und so... Naja, nochmal. 3, 2, 1, GO! So, mein Ofen habe ich jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Und sie kommen auf Ober- und Unterstufe. Nein. 3, 2, 1, GO! Also, ich habe jetzt... Nein, nochmal. 3, 2, 1, GO! Hallo, grüße alle ganz herzlich zusammen. Heute gibt's... Nein, das war scheiße. 3, 2, 1, GO! Hallo, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich euch ein Rezept vorstellen, oder... Nein, warte mal, ich habe ganz ver... 3, 2, 1, GO! Ich probiere direkt eins. 3, 2, 1, GO! Ich hab jetzt meine... Blablabla! Ich wollte ihr spreadeliten, aber nicht stoi. 3, 2, 1, GO! Hallo, ich begrüße alle ganz herzlich in meiner Küche zu Neun. Bei mir sehen sie nicht aus wie Röschchen. Jetzt machen wir das so. Ich nehme ein Teigstückchen und lege sie aufeinander. Rollen sie zusammen. Ich schneide sie in der Mitte. Hier müssen sie sich aufmachen und wie Röschchen aussehen. Jetzt machen wir das so. Ich nehme ein rundes Teig. Warte mal. Hallo, ich begrüße alle ganz herzlich. Für die Suppe braucht man gar nicht so viel. Das sind jetzt die Zutaten. Wir brauchen Mehl, Zika. Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute mache ich mit euch ein Rezept. Das muss ich erstmal beruhigen. Ich habe das auf einen Teller aufgeschüttet. Ich habe jetzt meinen Teig zusammen gemixt. Ich grüße alle ganz herzlich in meiner Küche. Ich wurde ja nominiert von Alexandra. Von der Auswanderer-Doku. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt eine Pfanne genommen. Mein Brotaufstrich ist jetzt fertig. Das ist jetzt mein Rezeptvorschlag. So mache ich das und stelle es auf den Tisch. Wenn ich die Kinder einlade. Oder einfach so. Das war scheiße. Das war scheiße.